Hey Leute und Willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games heute zusammen mit so ein paar anderen Lappen. Hallo. Ja, danke. Also ja, ich bin Dirk, Parko Sakalo und Olaf Sakalo. Ich heiße nicht, Olaf. Okay, 3, 2, 1, es geht los. Jetzt renne ich die Mitte, ich gehe gleich los. Ich gehe gleich mein Ding. Fuck, alte Huren. Ich hab gar nichts bekommen. Dirk, ich glaube, wir haben die gleiche Route. Ich glaube, wir drei haben alle die gleiche Route. Also ich renne immer zuerst im Zuge. Aber ich ziehe euch alles weg. Ja, 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 ja. Ich kann dich killen, ich würde auch sagen, ich kann dich killen. Ich kill Jonas BMX. Ach das. Wenn ich nicht sterbe. Nein, ich sterbe selber. Du bist gleich am Anfang tot. Ey, ich wäre, wenn du jetzt gleich am Anfang stirbst. Ich sterbe an meinem eigenen TNT gleich. Ich sehe es schon. TNT zackt nicht viel, außer du hast keine Rüstung. Und Serverbacken. Also nein, Huren. Ja, wow, ich habe nicht zu essen und ich habe nur noch Rüstungen. Also ich habe nur noch Rüstungen. Das gibt es ja nicht. Ich habe auch nur sie, aber ich habe kein Essen und nur noch wenig Leben. Ich habe ein einziges Live-Stack. Ich bin dort hinten ganz am Ende vom Bahnhof. Am Ende der Map da. Ich bin bei der Steinschwert. Oh nein, Alter, Sauna. Ah, nein. Steinschwert. Ich bin grad voll gut dran. Ich bin grad voll schlecht dran. Ja, ich habe gar nichts, aber du bist dahin am Bahnhof, ne? Ja, ja. Ich verstecke mich gerade von dem Kahn. Oh mein Gott, ich komme zum Bahnhof. Und gewonnen. Braucht jemand ein Steinschwert? Ja. Na klar. Ja, okay. Ich bin hinter dir. Ah, Gatsch. Ja, du rätst du davon. Hinter dir liegt. Äh, habe ich noch irgendwas für dich? Schuhe. Komm mal her. Ah. 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 Ah sein blöder arschkopf ich bringe mir selber um okay nur noch ich und gazes sind übrig nein jetzt habe ich dich gerade gespeckt hat jetzt drücke ich wieder weg da ist irgendjemand irgendwas könnte das sein magic oder mit irgendwas mit dem acht jemand zum töten was denn sonst wo dahin weiß ich das ist nur gesehen da ist in dem gebäude ich bin über euch bin über euch da oben ist nichts dass das ganze ist nein aus so ich habe mich dein achs für dich jetzt kannst du mir ein eisenbrustpanzer gehen ja genau das ist übel schwer alter ich habe hier gar nichts und komm jetzt wieso kann ich nicht den schalter umlegen bei den sammerding komm jetzt ja ich komm ja man es ist schlimm mit dir folgen einfach geht ihr hoch geht ihr hier hoch auf dach da ist noch eine käste wenn ich jetzt irgendwie mich in die falsche richtung bewegt rastet der geld wieder aus jetzt doch einfach kein bock jetzt zu verrecken ich will bis zum ende leben ich will in den deathmatch mindestens reinkommt und die aufnahme nicht war ich habe eine angel ich glaube ich bin immer voll erkältet gut was simon bist du noch da ja 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 drückt nicht den knopf drückt nicht den knopf ich verschlack dich mit simon das war mir so klar dass du dir jetzt drückt ich mache dich zu kackermatsch komm her wollte die truhen dann wäre bestimmt waren zwei stück da waren vier 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 ja mit dem kuchen zu betteln damit hoch ja ja und übrigens ich habe mir gestern das t-bone bestellt es kommt bald welches gut der eisenhose für dich eisenhose jetzt kannst du mir deinen eisenbrustpanzer geben hier ich droppe simon ich habe 35 pfeiler hast du bogen ich habe selber ein bogen und bessere rüstung hast du irgendwas bessere rüstung für mich wissen du bist auch ziemlich leise packung ist richtig weiter wollte wollte ich besser als leder also dann wollte nein jetzt habe ich euch wieder inspektate 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 kurz neue wörter finden ja weil ich immer das so hallo geh doch hier hoch dass die kiste du dumm kommt gott und fleischlappen ein wasser gelohnt hat sich voll gelohnt ganz ist es ist eine falle du kannst daraus kommen aber wieder oder ist es die falle an das ist eine falle hat es in gott hat ja das ist ja viel gebracht ist als geschlag komme zu kommen ein super herunter geht es nicht ja ich bin hier gibt mir deine rüstung angekommen hatte hier die goldschuhe und mit mir ein eisenbrustpanzer ich rede doch aber ich bin leider tot mein freund so gab es ja ich bin jetzt endlich dein eisenbrustpanzer ja endlich die magic hat mich gekillt die hure dann doch diesen eisen goldbrust ist besser als ketten gold nahe hin aber mir erst recht ich wollte einfach nur das ist schlecht ausgerüstet ist folge mir ernten wir das nicht ab und ja das ist meine den farmer also ich ernte kurz ja könnte checken ich alles so jetzt gründen wir kentucky fried chicken wachse hier sind zwei giftige kartoffeln gewachsen sind sicher lecker hier und das geschmeckt ja die waren die waren so gut wie promis letzten folge anscheinend liebst du giftige kartoffeln ja ich bin so giftiger kartoffelfreak ja so ein ein tonner pfeilschuss von der minden daneben mitten ins nichts mit mir daneben mitten auf dem boden und er hat der alte will ich den 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 bogen den will ich auch nicht will ich nicht ich hab schon bleiben der ist mein floh den mache ich zu kackermatsch den kenne ich also gar nicht ich weiß aber ich habe mit dem schon mal gesagt ich kenne einen ich ging ganz viele fluss ich kenne auch ich kenne auch flöger das wollte ich ganz viele zecken 100 flöger ich habe das interessiert uns auch mein geld heißt ja immer wenn jemand flucht heißt da ist einer wo seid ihr wo seid ihr dort warte warte da seid ihr ich glaube der wollte sogar die kiste öffnen bei der falle das wäre ja ja ganz ist bewegt dich los los nicht und du mit deinem blöden ob die fein geben geben ja 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 nur weil ich bogen musste seit wann muss man den bogen doch schon rennt und rennt und rennt ich hasse es mit leute weg rennen ja weil ich hier in meinem zimmer bin und kein popschutz habe dann kauft die einen sogar ich habe schon ein popschutz da ist einer das ist ja das ist mein floh das ist mein floh hat und floh i get the party get the flow get the party get the flow wenn ich zu laut schrei kommt bei mir links da kommt einer runter es kommt einer runter ich gehe mal zu hoch und er war gut getroffen ich schreibe jetzt geht die kille 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 oh mein gott er rennt weg da kommt da kommt noch eine da kommt das lp kathos lp hinter dir hinter dir da sind simon drin da ist gar nichts und ein paar pfeile drin die pfeile eisenhose hast du ja bereits haben wir alle bereits da ist gar nicht noch ein simon drin das apfel drin das habe ich mir mal natürlich ist der king der letzte motherfucker davon ist eine da ist 180 kille kille matz kommt los ein brennschlampe kisten sammeln hier hatte ganz viel zeit liegen lassen eisenhose ich brauche ein hätten hell deutsch wert das zeug das ich nicht brauche der fett beginnt sowieso gleich auch scheiße leid ich muss was essen ach fuck alter es schnell es schlägt hau hau block schlag schade niemand ja ich würde sagen das war's für heute für heute für das erste das letzte geschätzte parker sagt cazzar Legends schüß